Was sind die Auswirkungen von niedrigem Cortisol? Cortisol ist ein Hormon, das von den Nebennieren produziert wird und eine wichtige Rolle dabei spielt, den Körper in Alarmbereitschaft zu halten. Ein niedriger Cortisol-Spiegel kann den Stoffwechsel des Körpers stören, den Blutdruck senken, Hautprobleme und sexuelle Störungen verursachen. Extreme Fälle von Cortisol-Mangel können zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung führen, die als Nebennierenkrise bezeichnet wird. Eine Störung des Stoffwechsels beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, Kalorien zu verbrennen oder Nahrung in Energie umzuwandeln, die dem Körper hilft, sich selbst zu erhalten. In diesem Fall ist der Blutzucker niedrig. Es wird auch einen Mangel an Glykogen geben, das der Körper zur Energiegewinnung benötigt, um Stress abzubauen und Müdigkeit zu vermeiden. Niedriger Blutdruck kann schwerwiegende medizinische Folgen haben. Eine Person kann durch einen schweren Sturz aufgrund von Schwindel durch niedrigen Blutdruck verletzt werden. Er oder sie kann auch einen Stromausfall erleben. Im Allgemeinen führt ein niedriger Cortisol-Spiegel zu einer Erhöhung anderer Hormone, die wiederum eine höhere Aktivität der Melanozytenzellen auslösen. Die Melanozytenzellen, die für die Pigmentierung der Haut verantwortlich sind, führen folglich zu Hautverfärbungen. Dieses Hautproblem ist als Hyperpigmentierung bekannt. Sexuelle Störungen, die aus einem niedrigen Cortisol-Gehalt resultieren, schließen den Verlust des sexuellen Appetits sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein. Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, können an Menstruationsstörungen oder Amenorö leiden. Ein niedriger Cortisol-Spiegel kann auch bei Frauen zu Sterilität führen. Eine Nebennierenkrise entsteht, wenn die Nebenniere oder die Hypophyse geschädigt sind. Schäden an der Nebenniere sind als Edison-Krankheit bekannt, was auf niedrigen Blutdruck, Hautbräunung, Magen-Darm-Probleme, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit hindeutet. Eine Nebennierenkrise tritt wahrscheinlich auch auf, wenn ein Nebennierenmangel nicht sofort behoben wird. Die frühen Symptome von niedrigem Cortisol sind ziemlich häufig, so dass sie als Symptome anderer Krankheiten verwechselt werden können. Eine Blutuntersuchung muss durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass eine Person tatsächlich ein niedriges Cortisol aufweist. Blutproben werden in der Regel zweimal genommen, eine am Morgen, wenn der Cortisol-Spiegel hoch ist, und eine, abends, wenn der Cortisol-Spiegel zu niedrig ist. Eine Pause ist vor der Blutuntersuchung unerlässlich. Eine Person, die sich dem Bluttest unterziehen soll, sollte normalerweise mindestens einen Tag vor dem Test keine steuerlichen Tätigkeiten ausüben. Eine Person mit niedrigem Cortisol-Gehalt erhält normalerweise eine tägliche Dosis Hydrocortison, um das fehlende Cortisol zu ersetzen. Hydrocortison-Injektionen werden im Falle einer Nebennierenkrise sofort verabreicht. Antibiotika werden auch gegeben, wenn die Ursache der Nebennierenentzündung eine Infektion ist. Hyggeist Vielen Dank.